So, hier sind wir mit meiner Iron Man, Stufe 44 im Teufelswald. Wo sind wir denn hier? Ich hab letztes Mal Sachen verkauft. Lieferservice ist auch eine Option. Ja, aber da musst du halt einen gewissen Betrag erreichen und den krieg ich ja meistens alleine nicht voll. Nur so viel brauche ich ja meistens nicht. Gerade jetzt, wo ich durch die ganzen Tests so wenig zu mir nehmen darf. So, wir haben ja letztens da oben die Quest angenommen. Jetzt muss ich doch mal eben hinreiten. Ja, genau. Das ist schon Winterquell, aber wir haben ja hier oben... Wo saß denn der? Ich glaub, der saß von der anderen Seite, ne? Mussten irgendwie da hoch. Musste ich hier hoch? Ne, nicht den Berg runterfallen, nein. Wir reiten lieber ganz anständig, brav außenrum. Nicht, dass wir noch durch Fallschaden sterben, ey, meiner... Bei sie mir in den Arsch. Aber ganz ehrlich. So. Jutti, der Typ saß irgendwo hier... Hä? Wo saß denn der? Der saß irgendwo auf dem Hügel. Achso, nee, das ist hier das Ding, was wir kaputt machen müssen. So, der Typ, von dem wir die Quest haben, der sitzt, glaub ich, irgendwo hier. Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt aber hier rein. Ins Lager. Irgendwo war jetzt hier... ...etwas, was ich kaputt machen soll. Wo ist denn das jetzt? Ist hier ne Mine? Ne. Hä? Sprengstoff soll man sammeln und... ...muss mal ein bisschen aufpassen hier. Kann das sein, dass die Mini-Map ein bisschen doof ist? Warte mal. Sollten wir ja letztes Mal Sprengstoff sammeln. War das hier? Ach hier, Höhle. Ach du lieber Gott, wir müssen in eine Höhle. Oh nein. Ja, das ist Reiten. Hallo? Hallo? Ja, ne, ne. Ich komm ne Berg mehr hoch. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, wir müssen doch in der Mine. Oh Gott, nein. Ich will nicht in der Mine. Hallo? Was bist denn du? Oh Gott. Okay. Sprengstoff sammeln. Wie viel Leben habt ihr denn? Tausende... Oh Gott. Ja, noch ein Level, dann können wir uns die neuen Sachen im Hinterland holen. Naja, nicht mehr ganz. Äh, dreiviertel Level, ne? Oh, oh, oh. Mal gucken, was der hier so kann. Ich hoffe nicht so viel. Oh, Wucherwurzeln. Oh yeah. Die machen auch noch Schaden, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Mal gucken. Da ist ne Bombe. Ach, ihr wollt mich doch nur sterben sehen, seid doch ehrlich. Das kommt mir grad so wenig vor an Mobs. Und da ist der nächste. Mal noch ein bisschen heilen. Komm mal, heil du. Was übrigens auch gut funktioniert hat, weil, äh, was ich im letzten Video gemacht habe, war, die Mobs wurzeln. Und dann, äh, Mondfeuer drauf und ticken lassen. Das kommt auch gut. So, unterbrechen können wir ja noch nicht. Aber was wir können ist... Ach, Schatz. Verdammt, hat nicht funktioniert. Machen wir jetzt langsam. Na gut. Machen wir das so. Nochmal. Jetzt schnell heilen. Ach, Gott. So aufregend hier. So. Da sind Mobs. Da sind Mobs. Und wie sie ohne Stealth hier einfach mal reinläuft. Kann man mal machen. Sollte man nicht tun. So. Komm her, Spezi. Und sonst, wie geht's euch? Wie war euer Wochenende bis jetzt? So, ich glaub, das mit den Wucherwurzeln, das können wir eigentlich gut aussitzen hier. Ja. Da hab ich mal die Heilung mit drauf. Dann hält ein bisschen gegen. So. Ja, so. Lief doch. Ah. Da unten ist was. Hier ist einer. Aber sonst... Du könntest schon wieder pennen. Nicht nur du. Ich hab auch ganz, ganz doof geschlafen. Ich hab mich wieder auf diesem blöden Sofakissen so gedreht. Weil ich ja so hoch schlafen soll. Das ist mir meine Schulter. Und dann hab ich gerade für meine Mutter die Wassermelone durch die Gegend getrunken. Super. War ganz toll. Hey Russack. Hey Russack. Hey Russack. Ja, soweit. Und bei dir. So. Die Heilung mal gegensetzen. Oh, wow. So. Ja. Ja. Ich glaub, die mach ich vorsichtshalb, aber Vor die mir hier in die Quere kommen Sicher ist sicher Naja, Honky will mich nur sterben sehen Er will mich nur sterben sehen Bis auf ne Hausparty Ah, schön Schon ewig bin ich mal Party machen gewesen So, nehmen wir erst den mit Ich mein, man könnte sich ja auch teilweise durchschleichen hier Aber lieber, ich mein, die EPs können wir wunderbar mitnehmen Das bringt uns wesentlich mehr, wenn wir die EPs mitnehmen Anstatt die einfach durchschleichen Oh, das ganze Erz, ne, das tut einem so weh Ja, komm, mach deine Wucherwurzel, tu mir nicht viel Ja, erstmal gesund werden Und dann schauen wir alles andere Ich hab übrigens gestern versucht, ein paar Zifisten-Char hochzuspielen Das Problem ist, du kriegst ja nicht mehr so viele EP Ja, das war ne Katastrophe Und, äh, beim Versuch dann durch Erkunden auf Stufe 5 zu kommen Damit ich endlich nen Beruf lernen kann Ähm, weil ich ja nicht töten darf Oder halt auch nur keine, auch keine Quest machen darf Wo ich halt irgendwas töten muss Bin ich halt von ner Mietekatze Kau gegangen Ja Ich weiß gar nicht, wie man die Pazifisten-Challenge jetzt noch machen soll Alter Schwede, war das doof So, jetzt müssen wir mal gucken Da ist ne Bombe Da ist ein Mob Nehmen wir den Mob erst mit Ähm Das ist Iron Man Groß sagt Da darfst du kein Level-Gear anziehen Du darfst nur Grau oder Weiß tragen Ich vergesse immer für den Stream Die, ähm Die, 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 die Die Dings reinzumachen Den Link Von der Seite Also du darfst auf jeden Fall keine Sachen tragen Ich kann dir meinem Equip-Glade mal zeigen, womit ich level im Moment So seh ich aus Weiße Klamotten Ne, aber es ist alles 35 Ich mein, das ist nur Rüstung, was du kriegst Auf den Klamotten Mit 45 kann ich mir die nächsten Sachen holen Die gibt's dann in In, in Hinterland Im, im Hinterland Da hab ich auch schon gequestet So, fertig Aber ich glaub, ich muss hier hinten noch irgendwas ausstellen, ne Also der Höchste ist aktuell Das ist auch einer, der macht das schon lange Der ist, glaub ich, 115 aktuell Der ist, glaub ich, ab nur 115 Das Einzelste, was schon noch 120 gibt, glaub ich, ist Pazifisten 2 Die werden wahrscheinlich durch Kräuterkunde und Bergbau Ziemlich schnell oben gewesen sein Weil die dürfen ja nicht prügeln Und wenn du allem aus dem Weg gehen darfst Und halt nur Kräuter sammelst Was mach ich denn da? Nein! Nicht die Fähigkeit Ah, Kind So, jetzt muss man gucken Am Ende des Oh, da ist noch was Ja Ist nicht einfach Das ist jetzt auch mein Vierter schon Weil der Letzte Die ersten beiden sind dumm gestorben Und der Dritte ist beim Ausloggen gestorben Weil ich halt spontan weg musste Und ja Das war halt ärgerlich Und bei dem hier Passe ich halt dann besonders auf jetzt So, wir müssen da hinten in die Ecke Spannend, ob da irgendwas kommt Deswegen mach ich erstmal alles leer Sicher, sicher Alles klar Mach mal So Boah, schon wieder So, da ist noch eine Bombe Warte mal da Das ist ein Gerät Ist da nur einer? Ich hoffe, dass da nur einer ist Jung, komm mal her, du Komm mal weg da Ich mein, wir haben jetzt sowieso Nicht mehr so viel hier zu tun Aber das Problem ist halt Wir können halt viele Endbosse Gar nicht alleine machen Das schaffst du gar nicht Haben wir letztes Mal Hatten wir Glück Dass dann Noch einer In der Ecke war Weil ich selber auch draufgehauen hat Aber ansonsten Keine Chance Ich hab jetzt Sorge Wenn ich das Ding anfasse Dann irgendwas kommt Hallo So, jetzt hab ich das Ding sabotiert Gut Angsthasen-Modus und raus aus der Höhle Ich hoffe, ich komm hier raus Bevor der ganze Respawn hier ist Geh weg Nein, die hau ich jetzt nicht nochmal Ich will ja auch irgendwann mal weiterkommen Ach, da ist noch einer Hi Ja Der gehört dir Bitte Sorry Ja, es tut mir leid Aber ich will hier Möchtens aber auch mal raus Äh Wo ist denn hier der Da ist der Ausgang Hallo Da kommt gleich der nächste Panische Arbeiter Oh Gott Oh Gott Die ganze Zeit waren hier keine NPCs Jetzt rennen hier einfach mal NPCs Warum? Warum? Ah, komm ich hier lang? Ah, das klappt Oh nein Wir müssen da oben hin Da komm ich glaube ich so nicht Shit Na gut Dann müssen wir uns hier irgendwie Da ist der Weg Irgendwie rausschleichen Ihr seid neu Oh, die muss ich bestimmt jetzt gleich machen Weil vorher waren hier keine NPCs Angriff auf die Nachtglaubrichtung Oh bitte Töte jetzt nicht alle NPCs Wer auch immer du bist So Guten Tag Sprecht schnell Ja, ich gebe mir Mühe So, die darf ich sowieso nicht benutzen Feuerfonteiner Den gestohlenen Eisen Um sieben Ölgeysire auf der Okay Tötet sieben panische Arbeiter Ja, machen wir Aber bevor ich Ich mache aus Sicherheitsgründen Gleich erstmal verballern Sicher ist sicher So Wir haben zurück Jetzt müssen wir nur aufpassen Weil wir haben ja auch die Blubs hier Haben wir wahrscheinlich auch machen müssen Damit die uns nicht dauernd in den Rücken fallen Ja, komm mal her Zeig mal, was du kannst 1400 Ich habe 1200 Ne, 1300 Schwarzer Schlick Oh Gott Achso, das ist nur Angriffe Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit reduziert Alles klar Alles klar Weiß ich nicht, wo er ist Honky Ich weiß es nicht So, die Fitzen will ich natürlich jetzt nicht alle mitnehmen Da, die müssen wir anzünden Achso, muss ich da jetzt auch noch in der Nähe stehen, ja Ah, fuck Komm her, du Arbeiter Wie viel hast du? Tausend Ah, der hat auch mehr wie ich Ah, tschüss Oh nein Oh nein Geh weg Geh Beide weg Wo kam der denn jetzt her Okay Die müssen wir dann wohl auch machen Scheiße Dann müssen wir die wohl auch machen Bevor die uns wieder Na, der ist gerade gespawnt, siehste Ja komm, dann machen wir die auch Bevor die uns nochmal ins Kreuz Dann hier Alter Falter Also zwei sind zu viel Das, das packst du nicht Nachdem die, der neue ist Äh, die neue Bearbeitung beim Leveln jetzt auch war Kannst du das vergessen Ich meine, du kannst sowieso so einiges vergessen Ich meine, mit Levelgear stirbst du Ich habe gerade was gegessen, ja Aber nicht viel Ein Croissant Aber reicht erstmal Was kleines halt Weil wenn ich jetzt Normal gegessen hätte Wäre ich wahrscheinlich zu Äh, zu müde für einen Stream So Ei, 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 ei Wir sollten Honky, wir sollten einen Fast Fast-Tot-Counter machen Ja, super Mana-Tränke Darf ich sowieso noch nicht benutzen So Schockmomente Oder so Death-Counter Der Death-Counter geht ja nicht Wenn tot, dann ist vorbei Ach, guck mal Jetzt kommt der Mitarbeiter, wa Scheiße Aber wir können das Ding nochmal anzünden Ja, wir sind einfach zu langsam, ne Wir machen ja keinen Schaden Komm, ich würde sagen Wir holen den auch gleich Komm Fall einfach um Tu mir den Gefall Und stepp Einfach Mei, 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 mei Aber lass dir dann Die Suppe schmecken Russack So Ja, dann können wir die gleich nochmal anzünden Schön Finde ich gut So Jetzt nochmal ne Heilung drauf Und dann holen wir uns mal den Und hoffentlich spawnen ich jetzt gleich direkt wieder die Blubberts Der Respawn ist schon echt heftig manchmal Alles klar Komm Stirb Sein Stoff Ries Stoff Ach, guck mal Wir können die gleich wieder anzünden Oh, ist schön Wandern wir jetzt einfach hier vorne rum, wa Ich glaub das ist ne Idee Und spawnt hier vorne gleich dann wieder der Blub So kann man das auch abhaken hier Ich würd sagen, wir gehen dann nach unten Da vorne beim Blub Genau, dann können wir hier beim Blub Nehmen wir den Den da Ach, guck mal, die können wir auch schon wieder Mei, ob wir die anzünden können Ist ja unglaublich Wieso machst du eigentlich keinen DH-Ironman? Ja, war das Ja, weiß ich nicht Wow 20 Level Wow Kannst ja auch mal einen Ironman machen Horki Mal gucken, wie weit ihr alle kommt So Schnell wieder anzünden Da oben zwar auch Aber wir bleiben hier unten Komm Wir bleiben jetzt hier unten Das sind zwei davon Dann würd ich sagen Arbeiten wir uns mal von der Seite ran Na, dann machen wir den Und dann arbeiten wir uns hier so rum Ach, das würd ich gar nicht so sagen Erstell dir doch mal einen Mal gucken, wie weit du kommst Machen wir demnächst mal eine Guilden Challenge Da würde ich dann auch neu anfangen für euch Bei den und zweiten Oder Honke, wir machen Iron Team Man kann ja auch zu zweit machen Darf man? Es gibt ja mittlerweile Iron Team Ja Ich mein, es kommt drauf an Wenn du alleine bist Würde ich immer was nehmen Was halt Stealth und Heilung hat Deswegen wird ja Also ich mein Nachtelfen werden ja alleine Wegen den Oh Shit Button gerne genommen Weil den hast du halt Wirklich nur bei denen Aber meine Oh nein Ich wollte heilen Fuck Das war natürlich jetzt Totaler Bullshit Okay Also wenn jetzt was kommt Am Arsch Scheiße Ich denke Aber wenn du zu zweit machst Würde sich wahrscheinlich Keine Ahnung Sowas wie D.D. und Heiler Weißt du Da würde ich glatt sogar Eine Kombi mit Diszi Und Krieger Oder Diszi Parler Oder so Weißt du Sowas in der Richtung Weil die eigenen Alles was du Nicht Also ich darfst ja hier Nicht skillen Aber alles was du Du kannst ja auch wechseln Und alles was du lernst Ohne zu skillen Kannst du ja benutzen Ne Das darfst du ja Und im Team Ist es glaube ich sogar so Dass man Untereinander handeln darf Das heißt glaube ich Wenn du Der eine Sogar ein Hexer spielt Dürftest du glaube ich Sogar den Stein handeln Untereinander So Wir brauchen noch Wir brauchen noch Drei von diesen Mitarbeitern Es gibt halt für ein Team Gesonderte Regeln Ach komm Hör auf mich Immer daran zu ändern So Da ist noch Ein Persönchen Komm mal her du Also davon brauchen wir Danach noch zwei Musst du einmal schauen Auf der Seite Es gibt ja auch Eine Challenge Da darfst du Dich nur prügeln Dann machst du halt Quasi So gut wie keine Quest Ich meine manche Quest Musst du ja machen Um aus Gebieten rauszukommen Zum Beispiel Aber ansonsten Oh Gott So Mach was jetzt so Lauf doch einfach rein Tana Genau Einfach reinlaufen Jetzt müssen wir den Oh fuck Warten aber nochmal Hier reinsetzen Alles klar So Zack So Wir brauchen noch Zwei von diesen Panischen Komm her du Müssen wir aufpassen Da ist auch ein Blub Ich denke mal danach wird ein Endboss Oder so kommen Da Müssten wir doch mal gucken Den werden wir Wahrscheinlich Nicht beenden können So Jawohl Ach komm Machen wir erst den Blub Da So ein bisschen Freier Weg haben Ja es ist halt Sehr mühsam Mittlerweile Muss ich ja echt Gestehen Ich hatte auch erst Überlegt Auch Katze Zu machen Aber dann wäre ich Wahrscheinlich schon Dreimal gestorben Bei dem was die Teilweise raushauen Je nachdem In welchem Gebiet du bist Wenn die Irgendwelche Feuerschaden Oder so machen Dann Bist du manchmal Schon echt Haarscharf Am Abnippeln Oder wenn die Vieren können Oder so So Guck mal her Du Ist der letzte Danach bin ich Fertig Mit dem Teil hier Muss man mal gucken Wie kann man da wieder Da hoch Da den Weg hoch Ne Ja Gucken ob wir hier Durchschleichen Können Ohne dass uns 10.000 Mobs Gleich wieder sehen So Heilen Und Pussy Modus An Wo läuft Laufen sie denn Mensch Lauf doch irgendwo hin Aber nicht zu mir So War ja nicht auch noch Ne Hier war keiner mehr So Dann sind wir da Am vorne So Noch mal Schluck hier Trinken Ach Fliege Geh weg So Einmal Zweimal Ja Jetzt kriegst Höhlenmutter Auf der Nachtlaublichtung Amenitra Hey Moin Na Endlich Ja ich hab auch Donnerstag nicht gestreamt Also quasi die ganzen Tage nicht So Wo ist denn die Höllenmutter hier Mal gucken ob wir das Das erledigt bekommen Wie geht's dir Ich hab gesehen du streamst heute Abend auch Ja so ein bisschen erkältet Ein bisschen gestresst gewesen Weil meine Mutter heute so spät dran war Sag mal Ach ich muss Ne Ich muss doch zur Basis hoch Hab mal wieder Muss ja sein Muss Müssen müssen wir gar nix Müssen müssen wir gar nix Aber wir wollen ja auch Ne Aber ich hab heute mal Was anderes wie BFA gemacht Ich hab heute mal Meinen Iron Man ausgepackt Wobei das ist sehr gefährlich Ne Nach Nach dem letzten Leveländerung Ist es ja für Ne Iron Man Das gefährlichste von Welt Zu leveln Und ich hab jetzt schon meine Main Klasse genommen Ne Aber trotzdem Und jetzt zieht sich Was Ey Geh weg Geh fui Hau ab Nein Nein Hört mal Jungs Hier rennt so ein freilaufender Goblin rum Ah ist wieder weg Gut Seitdem ich krank bin Mach ich die Cam aus Oder ist sie aus Weil Ich äh Ich meine die Leute wissen dass ich krank bin Aber ich muss das nicht auch noch sehen Und ich mag mich dann auch selber im Bild nicht sehen Ich Na Deswegen steht auch drunter Solange ich Solange ich krank bin Bleibt die aus Was gibt dir da meist Kohle hier 95 Da Die Vorbeugs Ah Wir dürfen weiter Ich möchte was verkaufen Ich Äh Wer ist denn hier Ne saubtrinken Ah da Junge Hier die neuen Tafeln Ne Bin ich grad War ich schon Will ich nicht So sagt Hier ich immer aus Nein Ich will nicht je nach 1000 Nadeln Das ist mir zu nass Das stinkt mein Fell Was habt ihr zu bieten So Weg damit Weg damit Weg damit Weg damit Weg damit Ähm Ja das Overlay Overlay ist Ähm Das hab ich von Elements Ich arbeite grad an einem eigenen Weil Warte mal Ich schalte mal eben um Das ist nämlich eher Ich hab ja vorher auch viel Horror gemacht Das ist eher ein Horror Overlay Guck mal Wenn es denn jetzt angeht Na das ist hier Undead by Daylight Und ähm An Layers of Fear Und alles so ein bisschen Weißt du Das ist halt für WoW Passt das irgendwie überhaupt nicht Wenn ich so gucke Ich hätte auch ganz gern Einen anderen Kappermod Aber das dauert Hier Dead by Daylight Siehste Und ich würde halt eher Etwas haben Was ein bisschen neutraler ist Besonders Ich bastel auch gerade an etwas Weil Die Leiste oben Gerade wenn du Insel Expeditionen Oder so machst Ne Wo oben immer dieser Counter ist Es wird alles abgedeckt Und das finde ich halt nicht so schön Aber du kannst es halt So wie es platziert ist Kannst du halt das Spiel auch nicht Da drunter setzen Weil dann hast du da oben Schwarze Balken Deswegen bastel ich gerade An was Neuem Wieder was Eigenem Auch die Töne Weil im Moment ist ja alles Von denen übernommen Aber ich habe halt So schöne Töne Zum Beispiel hatte mir Einer aus meiner Gilde Den Moloch Sound Eingesprochen Den habe ich Und ich werde das alles Wieder einsetzen Aber das hatten wir vorher auch War eigentlich ganz nett So ein bisschen Persönlicher Weißt du War halt ein bisschen mehr Auf WoW Heute auch abgestimmt Ja Meins wird jetzt auch wieder lila Ich habe auch für unten Die Overlay Die Panels Die Beschriftungen Die neuen Ich habe da letztens Bis 4 Uhr morgens Habe ich gesessen Und gebastelt Und geguckt Und gemacht Und dann wieder Verworfen Neu gemacht Verworfen Neu gemacht Verworfen Ich denke mal Bis zum 1. Oktober Werde ich es dann haben Oh das ist auch Eine Fummelarbeit Ne So wo müssen wir denn hin Ich glaube da oben Ist noch ein Lager Ich muss halt jetzt Immer aufpassen Wenn ich ins Hornelager Rein Laufe Weil ich ja Hornisch spiele Ich war auch gestern Ganz stolz Auf meinen Haufen Wir waren ja gestern Erstmal in Uldir Und wir haben Die ersten beiden Die sind ja Pillepalle Und wir haben dann Den nächsten Haben wir Einen des schwersten Von den dreien gemacht Die sind Zewag Zewag Musikum Und der lag gestern auch noch Haben zwar ein paar Versuche gebraucht Ne Honki Wenn Honki noch da ist Und ich schon Eingeschlafen 15 Uhr Oh Gott Das wird jetzt interessant Ja Da war ich stolz Dass der noch lag War ich ganz stolz Ist halt eine neue Truppe Neue Zusammenstellung Neue Leute drin Muss ich ja erstmal einspielen Warst du schon drin Manitra Sieben Waffen Oh Gott Oh Gott Die haben doch da unten Diesen Die haben da unten Doch glaube ich Hier die Mobs Diesen Buff Wenn einer stirbt Das ja mehr Schaden macht Ne Oh Gott Item Level Schrott Was meinst du mit Item Level Schrott Habe ich jetzt Habe ich gerade was gesagt Jetzt komme ich wieder nicht hinterher Aber hier mit BFA Ne Da haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt Also ich bin gestern das erste Mal in Uldir mit 353 reingegangen Ich hatte 353 Ne Ich bin nur eine Mythisch Plus Übergelaufen Achso Das reicht nicht Ne Also wir sind auch Honky Wir sind beide Wir sind vom Item Level die höchsten in der Gilde Wir mit 353 Unser Raid Leiter will 340 haben Und Kette Und Kette auf Hör mal das ist Also Bei uns Wir haben ja gesagt Mindest Level 330 Und damit Also wir hatten gemischt Wir hatten alles dabei Von 3 Ich glaube 330 Bis Oder 331 Bis 353 Und Ich meine klar bei diesem Wie heißt der hier Jetzt muss ich gucken Oder Honky weißt du das auswendig Der Der Zegvox Also für den brauchst du Schon ein bisschen Pfeffer Also für den brauchst du Pfeffer Trucker Hallo Flausch Moin Na Alles klar Naja Aber ansonsten Talocke Mutter Da brauchst du nicht viel Da Wie im LFR Übrigens Habt ihr das mitbekommen Dass die Allianz Jetzt Ein bisschen Theater macht Weil wir auf Vorderseite Die eine Woche hatten Wo wir ohne Item Level Begrenzung Auf die Kriegsfront konnten Und die ja jetzt auch Die 320 Haben Und die ja erst Jetzt drauf Die kriegen ja jetzt Erste sammeln Oh ja Ja komm Ich meine Ich hab mich geärgert Hätte ich das Andere haben alle ihre Zwingen Natürlich geprügelt Aber ich müsste Mein erst leveln Aber ist schon mies Genauso wie Ich hab am Anfang Direkt am Anfang Kochen gelernt Weil Öl Das Öl gab es ja noch Beim Händler Hätte ich gewusst Dass die das rausnehmen Hätte ich mir erst mal Die Bank vollgepackt damit Jetzt muss ich auch Jetzt ist mein Vorrat Auch alle Aber das sind so Sachen Ne Achso Die Inseldinger Da werden die Droprate erhöht Wenn das gut läuft Ja ich möchte auch Ähnlich Tinti Die laufen alle Mit Tinti rum Ich will auch Tinti Das einzige Schöne Was ich mal bekommen hab War der Fisch Und den hab ich Honky gegeben Honky ist jetzt Unser Pandare Mit Doppelfisch Ähm Ich muss da hinten runter Ne Sieht auf jeden Fall geil aus So unser Windläufer Mit Doppelfisch Besonders stylisch Die Fische Die Fische Die Fische Haben Fliegen Und haben diesen Ähm Gift Diesen Müffel Qualm Ne Aber sieht gut aus Das Beste Mock Im Raid Ich sag's euch So Oh Ich trau mich nicht so wirklich An Oh 1 4 Oh Ich trau mich nicht so wirklich Ich runter Ich will nicht Du bist ein Caster oder Hallo Kommst du näher Kommst du zu mir Ja Schön Aber gut Alter Ich kann leider nicht unterbrechen Das ist ein Ich muss den anbrüllen Warte ich guck sofort Lass mich mal eben den ersten Mob hier Und Gottes Willen Also ich bin dafür Ich lass das Nein Ich mach weiter So was Ja Das ist aber lieb von dir Mein Gott Gerne Wahrscheinlich aber besser nicht jetzt Weil ich Ich hab das so im Urin Dass ich gleich Also Dankeschön Dankeschön für deinen Sub Ganz lieb Und willkommen Ja Ein gelbes A Sieht interessant aus Ne Aber Ich mein Wir haben ja beide A Vorne Also weil ich Ach Ja Jetzt bin ich raus Ganz Ganz liebes Dankeschön Und willkommen Na Mein Mod ist gerade ein bisschen am schlafen Der ist sehr müde Genau Hype Hype Das hab ich sogar selber gemacht Das Hype Hype Alle anderen hat ja der liebe Arti damals für mich gemacht So Boah Ich mag hier nicht Eine Waffe Aber die sind viel zu nah zusammen alle Scheibenkleister Ach da steht ja auch noch einer hinter Ja Macht euch keinen Stress Macht euch keinen Stress Ich freu mich auch Ich freu mich über jeden der da ist Sie müssen nichts haben Ich freu mich natürlich darüber So Komm ran So Moppet Ey das ist Ich weiß Ich glaube wenn Alle die jetzt schon über 100 mit ihrem Iron Man sind Ne Jetzt nochmal ein Iron Man anfangen müssten Ich glaube die würden alle Ne Im Strahl Alter Das gibt es ja nicht Oh ich muss mich Oh Gott Wie gut dass ich mich entfluchen kann Ja genau Reit du einfach durch Zeig mir noch den Stinkefinger Mann Aber was ist das denn Oh der ist ja auch süß Der Bär Ja ich denke Die werden dann auch nochmal überarbeitet Alle wenn 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 Irgendwann mal Ein Häkchen kommen sollte Saruk Moin Na Schön dass du da bist Ich mach mir gerade Ins Hemd Ja kam schon rein Autohost war schon mal da Der war Vor vier Tagen Wo ich mich in Durch die grüne Heule geschlagen habe Ja bei mir sind ja auch einige drin Und einige streamen ja echt lange Und dann Ich weiß auch manchmal gar nicht Wie das genau da auf geht Oh dem läuft dann Schutzschild aus Ich pull den wenn das Schutzschild weg ist Schutzschild Sprechen ist schwer Oder kriege ich das so weg Warte warte Zack Ne kriege ich nicht ganz weg Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hilfe Habt ihr gesehen Wie dieser Blitzschlag reinhaut Alter Schwede Oh Gott 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 Das macht keinen Spaß hier Ist eigentlich Dass alle die ich Soweit WoW-mäßig kenne Horde spielen Solo macht es keinen Spaß Inni gehe ich dann eh nicht So viele Chaoten unterwegs Ich habe ja beides Ich bin ja über 10 Jahre Habe ich ja Allianz gespielt Auch Raidguilde und alles Und wir sind ja für Ich bin ja für das Projekt Dann auf Horde gegangen Hab sogar meinen Main Von Allianz Auf Horde getranst Mein Ruin War eigentlich Tat mir so ein bisschen Auch im Herzen weh Weil ich bin ja auch Auf den über 10 Jahren Ja auf dem Heimat Server Dann auch Ich habe ja damals Mit dem auch angefangen Das war ja einer Meiner ersten Charaktere Damals Und War halt auch vom Namen her Das Original da drüben Auf dem Server wo ich jetzt bin Kriege ich den Namen Leider nicht mehr Weil da ist irgendeiner Und der hat seinen Schamanen In die Ecke gestellt Und der hat halt den Namen Ich glaube wir müssen Irgendwie da vorne Irgendwas Waffen lag da ne Gott Also die Schamanen Die sind hier echt mies Wenn ich das mal so sagen darf Ich spiele aber Immer noch beides Also ich level ja auch Im AP Mein Mein zweiten Main Der ja auf Allianz Seite Geblieben ist Mein Schamanen Und der Priester Ist ja auch schon Auf Allianz Ist leider halt Nicht so viel los Ne Wenn auf Allianz Wieder mehr los ist Können wir auch gerne Beide Seiten wieder machen Fluch Ja der Fluch Der ist mir jetzt egal 112 Ja ich hab ja Droide Ja 120 Demon Hunter 113 Krieger 112 Findet er raus Ob einer Ah ok Und weil das dann Ach quark Ich find die Wenn man so guckt Ne Die Storyline So von der Allianz Alter Nur Hexen Unbekloppt Die dir da begegnen Ich mein wir haben Suhl Der ein bisschen Durch ist Und der andere Da Aber auf Allianz Seite Die ganzen Hexen Der Hexenkult Und was da nicht Alles ist Mein lieber Scholle Allein die Questreihe mit dem Kleinen Geistermädchen Da Hab ich auch gedacht Na Prost Mahlzeit Ja Elementar Ist im Moment Nicht so gut Iron Char Hat auch mal was Mal vor Sowas zu machen Ja macht mal Ich würde ganz gerne Mehr Iron Man sehen Trauen sich alle nicht Ich mein es ist hart Es ist wirklich hart Jetzt mit den ganzen Neuen Level Dings Na Es ist wirklich Wirklich sehr hart Aber Äh Muss halt Durchhalten Und Und Ähm Ja Die meisten Wissen nicht Was sie spielen sollen Und Aber es gibt ja Mittlerweile auch Iron Team Ne Ich hab Hab ich ja auch schon Überlegt Ne Runde zu machen Aber da findet Dann erstmal ein Partner Der Bock hat Da mitzuspielen Wobei Iron Team ist ja Wesentlich einfacher Machst ein Diszi Und Machst ein Priester Und noch was anderes Was Schaden machen kann Und dann High Gib ihn Alter Komm ich irgendwie Um die ganzen Caster hier rum Vielleicht Doch es gibt jetzt Extra eine Rubrik Musst du mal gucken Auf EOB Challenge Es gibt extra Ne Iron Team Es gibt sogar Den Green Man Jetzt Dadurch dass die Ja jetzt Das mit dem Level Äh Erschwert haben Und du ja Quasi Egal wo du hingehst Das ähm Das Level sich anpasst Haben die jetzt Sogar den Green Also das mit den Green Mit den grünen Items erlaubt Quasi kannst du Ist das jetzt Die Baby Version Na Ja Iron Team Wie gesagt Also das Denke ich mal Wesentlich einfacher Und man hat halt Jemand mit dem Man handeln kann Weißt du Alleine darfst du ja Das war übers Optionshaus kaufen Aber du darfst halt Mit den Spielern nicht handeln Und darfst dir halt Auch nichts schicken lassen Und so Oh Gott Die sind viel zu nah Oder Kriege ich den da weg Komm Komm zu Mama Wofür brauche ich denn noch Viel zu viele Da hinten sind zwei Oh Gott Das wird ja kritisch Ja Also Iron Team Wäre auf jeden Fall Auch mal was Da gibt es auch nicht so viele So Muss aber aufpassen Dass ich hier auf meinen Oh fuck Button tritt Die meisten spielen halt Nachtelfen Wegen der Schattenmimik Weil damit kannst du Der echte Arsch retten Aber ich sehe im Moment Auch kaum jemand Iron Man spielen Davon ab Die trauen sich alle nicht Weil BFA halt auch noch So viel Zeit frisst Ich habe auch glaube ich Noch stundenlang Material Auf dem PC Ich habe letztens schon gesagt Ich brauche einen Cutter Zu kennen gibt ja wirklich Keine die auch Ja Geist gibt es glaube ich Ganz wenig Wobei ich Mit Geist Da habe ich ja erst Vorsichtig Angefangen Und perfekt ist Das gefällt mir auch noch Nicht 100% Aber jeder fängt ja mal klein an Die 7 Du meinst das Eisenfell Weil dir das Beim Iron Man Genauso viel hilft Wie 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 Ja Das hilft dir nicht viel Alter jetzt hat er aber auch Only reingehauen Oh ich bin's da Alter Wie zu spät Wow Geh weg Iron Man Ist halt Warte ich zeig dir das mal Du darfst halt nur Weißes Und graues Equip an Und Ähm Ja Muss dich halt Mit weißem und grauem Equip Bis zum High Level Durchprügeln Das Problem ist Gerade Caster Machen unheimlich viel Schaden Oder die hier Haben ja auch Dieses Splits Schlagschild drauf Und Du hast ja gerade gesehen Das zieht mir Ein Drittel Vom Leben ab Was rennst du Dadurch die Gegend Ja Und Es ist halt Echt schwierig So Das Einzige Was wir jetzt Nochmal Probieren Könnten Ich warte nur eben Bis mein Oh fuck Button Weg ist Äh Bereit ist Ähm Wäre Dass wir Den Wurzeln Und Erstmal ein bisschen Runter ticken lassen Weil solange ich Nämlich auf Entfernung Stehe Kann ich mich Ergegen heilen Oh verdammt Oh verdammt Ja bei mir Ich darf auch nicht Ich darf auch nicht sterben Nein So ich mach mir nochmal ein Dot Jetzt kommt er nämlich her So Fluch kannst du mir von mir aus draus setzen Der interessiert mich Die ganze Dolle Ich glaub das müssen wir Ja aber ist vorbei Ach wie immer Wie immer Wie immer So Jawohl Was hab ich für einen Ruf Die hier hab ich Dann die Waffen noch Auch schon mal Wenn ich irgendwas finde Ich hab ja auch gerade Ich hab auch noch die ganzen Schatzkarten Bei Bei meinem Druinen Ich muss das auch noch alles fertig machen Ja ja Komm du nur Ich warte auf dich Du kennst es nicht Ja du hast auch später angefangen Du hast auch später angefangen Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Also ein Drittel runter ticken Ist schon gut Das Ja Das ist Passt schon So hab ich einen Einen der Endbosse Von den Sequenzen Auch schon mal gemacht Du kennst Thela gar nicht Oh Alter Hui Hui Fuck Oh Alter Diese Dreckscaster Mach Ah guck mal Das sind über Milis Milis sind gut Du kennst Thela Ja Ja der macht Äh Ja Das ist oft knapp Seitdem das mit dem Leveln ist Echt? Der macht mehr Horde? War doch eigentlich einer der wenigen Die Allianz gespielt haben Neben Moon Wie gesagt ich mach beides Es gibt ja aktuell ja auch beide LPs Es gibt ein Allianz und ein Horde So Dass ich wenigstens auf beiden Seiten einmal beide Storys fertig hab Ich muss nur aufpassen ne Manchmal klickt man ja auf irgendein Video Und dann Hat man sich schneller gespoilert Wie man gucken kann Aber ich bin ne faule Socke Ich hab auch noch nicht eine der Der neun Rassen Auf Volllevel Ja 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 Faule Socke halt Die höchste ist 80 Muss ich auch mal wieder spielen Die Mage Aber ich wollte ja im Moment erst mal die Hexe hoch machen So Eieieieiei Wie ist das hier Nerven aufreiben Achso der geht mit Horde Raiden und mit Ali nicht Okay Was die nicht mal freigeschaltet Also freigeschaltet hab ich sie Bis auf die Zwerge Aber da fehlt mir halt noch der Ruf Da müsste ich halt auf Allianz erstmal Erstmal Ruf haben Aber so weit ist ja noch keiner Die sind ja beide erstmal 113 Wir haben sie endlich Aber wir haben noch nicht genug Waffen Dafür brauchen wir eins Ist die da vorne auch schon wieder da Nein natürlich nicht Da ist einer Und Wo kriegen wir die dritte her Shit Ich glaub dahinter ist auch was ne Ist da hinter einer Ich brauche noch ne Waffe Scheiße Ja Na ja gut Ähm Da oben im Lager liegt einer Oh das sind Millis Da könnten wir uns Könnten wir hinkommen Das klappt Was Dein 62er Mage Ja Mein Nachtgeborener ist ja Auch Nen Äh Meine Nachtgeborener ist ja auch Ein Mage Na dann hab ich ja noch Nen leeren Elfenpriester Nen Äh Lichtgeschmiedeten Paladin Also Tankpaladin Aber ich werde den wahrscheinlich Zum Retrium formen Weil Ihr wisst alle wie das ist Random Tanken Ne Gibt nichts schöneres Um sich zu foltern Ja und der Hochbergtaure ist ja Ist ja ne Jäger Den spiel ich ja mit Unser Tanja zusammen Im LP hoch Immer mal wieder Ja Bin mal gespannt wann die Trolle und die Kulti Also die Die Dornesprecher heißen sie ja Die Droiden da Wobei Ich Ich Die Droiden gestalten Von den Kultiras Menschen Irgendwie Ja Was sagen unsere ganzen Droiden dazu Schon Ich mein die einen haben Dinosaurier Und die anderen sehen aus Als hätten sie sich mit Bäumen gepaart Oder Darf ich das so sagen Ja ne So Einmal müssen Wir nach oben Und wir müssen Den Den Kleinen finden Wo ist denn der Kleine Schleich mal hier durch Ich glaub der sitzt da Irgendwo in dem Lager drin Ne In dem Großen da hinten Oh ich glaub An den Kleinen Kommen wir gar nicht ran Kommen wir da dran Ich geh mal Durchs Wasser Ist da was drin Ne Die feige Katze Geht durchs Wasser Ach da vorne ist er Magau Ja dann schalte mal die Frei Ich hoffe du brauchst Nicht so lange wie ich Das war auch Ey Das war ne Aktion Ach guck mal Der Drissel Wenn ich dich begleiten muss Hast du verloren Kleiner Von Häuptling Blutmagen Okay Ja kleiner Der hat 3000 Leben Das tut mir leid Das wird nix Den kriege ich nicht da Und Scherber wird sicherlich lustig Mit dem Teufel Sesha Oh ja Oh ja Die Sache ist ja die Mit dem Iron Man Musst du ja quasi Die Strecken Also die Addons Der Reihenfolge Nach gehen Weil sonst kriegst du Weil die haben das Den Loot ja nicht Den Random Loot Haben sie ja nicht angepasst Das heißt das grüne Das schwarze Das graue Und weiße Zeug So jetzt hat sie es Ähm Sind ja noch Auf dem Stand Von dem Addon Und skalieren Normalerweise Ja so nicht mit Oh Ihr seht mich nicht Ihr seht mich alle nicht Ich bin gar nicht da Danke Auch die Händler Haben halt nicht Die richtigen Sachen Wenn du Wenn ich jetzt nach Nordend gehe Da haben die Händler Halt die Die Nordend Sachen Die weißen und grauen Aber nicht die Die Teile die ich brauche Deswegen muss ich jetzt Gleich auch nach Ins Hinterland mit 45 Um Da meine Sachen zu holen Ist schon ein bisschen Das hätten sie beim Skalieren Ruhig mit anpassen können Oder Ey Brüder Holt mir die an Ja Ich mache hier für euch Zack Ja ist ja gut Alles gut Ja Ich kann den Kleinen nicht holen Kann ich jetzt hier durch Ja ne Juhu Seid ihr lieb Ja ihr seid freundlich Können wir die eine Quest hier noch abgeben Hier habe ich mich so oft Ich habe mich 30 Rundstoff Zwei Ne Jung Das würde nix Hier gibt es übrigens auch Viele Rezepte Waffe Waffe Beweglichkeit Zweihand Waffe Beweglichkeit Ach hier Deswegen habe ich damals auch Ruf gefarmt Alchemie So Ich verkaufe dir das Das Ruf will ich auch nicht fahren Das 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 Bitte Danke Mal den Ruf hatte Dass die Die einen nicht mehr angreifen Yo 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 So Ich glaube wir müssten Hoch Warte mal Jetzt muss ich gucken Muss ich so lang Ich glaube ne Ich bin hier so oft falsch gelaufen Guten Tag Bin ich hier richtig Ich will nach Winterquell Ja Richtiger Ausgang Hallo Geisterperlen Okay Das müssen wir aufpassen Hier rennt doch irgendwo Der da rum Ich bin nicht da Den brauchen wir gleich auch Ein kurzes Hallo Ein kurzes Hallo Zurück Kalter Moin Für den Frostsäbler Ja Ich habe auch So lange für den gefarmt Und ich kann ihn auf Horde Nicht benutzen Genau so Schmacka Hier ne Der Winter Da Da Der Frostsäbler Den kannst du nicht Konnte ich nicht benutzen Und Das ist mein Lieblingstiger Der hier Für den habe ich Habe ich sehr viele Nerven Gelassen Mein Arena Tiger Den fand ich so geil Den wollte ich unbedingt haben Ein Arena Sattel Das ist mein Lieblings PvP Mount Oder? Der hat was Kann ich leider auch Auf vorn Seite Habe ich ein Pferd Ich habe ein hässliches Pferd War kein Schöner Ich habe aber wenig Das ist doch wenig 200 Und Ne 275 Ist doch wenig Eselchen Da haben wir Ne 797 Genauso die Haustiere Aber ich mag Baal Der kleine Teufel Ja Der hier sieht doch aus Wie ein kleiner Blutegel Oder? Das ist mein neuestes Da gibt es Da kommt das Video noch Mimi Ja Wir haben auch einen In der Gilde Der hat Sehr Sehr Viele Bei uns Hier Das ist Kalter Meine Schildkröte Heißt Kalter Pupsi Alter Ego Aceriti Gibt es auch noch Ja Kalter Will Kalter Genau Ach komm Wir nehmen Wir nehmen Den beschwören So Nehmen wir den mal mit Mimi Komm mit Wie der läuft So Winterquell Hallöchen Schön euch zu sehen Ja Schön auch Der original Kalter Ist der Fetisch Schamane Warte Warte Hab ich den nicht auch Seid auf der Hut Fetisch Ne Fetzi Ne Den Fetisch Hier Meinst du den hier Ne Ne Gar nicht wahr Ah Ich glaube ich weiß Welchen du meinst Klingenzahn Wo gibt es denn den Insel des Donners Ach bist du süß Oh ich muss zur Insel des Donners Ich brauche den hier Ach da Der da Ich habe ihn Diablo 3 Collectors Ja ich habe ja Diablo 3 Damals mit dem Jahrespass geholt Drüberstehen Ja schicke Emotes So jetzt müssen wir noch 15 von denen machen Den Kessel Okay Wie geht's Reifpelzherz Ich glaube das können wir knicken oder Mit den Tieren Ich glaube Reifpelz hat zu viel Leben Den werden wir wohl nicht down kriegen So Ich glaube man brauche Musste ich nicht den Speer machen Ach ne So Auf Auf nach drüben Achso den Wanderer machen wir glaube ich danach Ne So Mimi Auf ins Verderben Ah die haben auch hier alle ne Mal gucken was die können Mal gucken was die können Aber sobald ich Hier die Quest abgegeben habe gleich Werden wir definitiv Erstmal Ins Hinterland fliegen Feenfeuer Okay Rüstung zu 30% Verringert Wow Ich habe eh schon keine Rüstung Alles klar bis gleich Erminitra Das ging aber jetzt ne Mehr oder weniger Oh Gott Iron Man Oh Gott So komm ran hier Warte jetzt bist du auch noch ein Jäger oder was Komm her in den Nahkampf Feenfeuer Feenfeuer Ich bin ja aber hier Zawak Ich bin hier ja auch jetzt nach und nach am Sammeln Aber der hat ja auch viele die man kaufen kann Und Ähm Ja Ich bin da ja Nicht so ein Freund von Ich meine seitdem man jetzt die Marken eintauschen kann gegen Wut haben Gucke ich dann manchmal auch schon Wobei ich meistens ja meine 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 Monatskarte Die Aufladung davon bezahlt Aber im Moment Äh Bin ich ja eher Hier Wegen Nassjata am Spahn Weil die Splitter droppen ja so wunderbar Und ich würde ja ganz gerne Nassjata haben Hier die Schlange Sieht zwar aus wie der Rätselwurm und der Kluftwurm Die habe ich ja auch beide Aber der hat schönere Farben Ich mag ja dieses Dunkle Sieht ja aus wie der Ursockskind aus dem Emerald Ich durfte ruhig mehr Mounts in der Farbe sein Ich glaube den Elch muss ich mir auch noch holen Da fehlen mir glaube ich auch noch Erfolge So Oh Komm Stipp 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 Stille ab Alter Also wenn die kritten Hat man schon echt ein Problem Oder Ähm Ist grad Ganz schwierig Ich kann beim Iron Man Nicht mal eben APK oder so Das funktioniert nicht Das machen wir gleich Wenn wir in Sicherheit stehen Weil die hauen ja doch schon Ganz schön rein Die Mobs hier Warum nehme ich eigentlich meine Heilung nicht Oh Kind Wow Ähm Warte mal Ich kann ja mal kurz gucken Ist sie hier drin Was Ich glaube mit Z Ne Ne Heißt die Schlange Ich glaube die ist hier gar nicht drin Im Buch Ne Die ist hier glaube ich gar nicht drin Aber die sieht halt aus wie Äh Warte mal Kluft Die sieht halt aus wie der Kluft Kluftwurm Nur halt In Diesem schwarz Blau Dunkelblau Rot Da Diese ganz dunkle Skin So wie der Teddy Skin Den man vorher für Prestige 15 gekriegt hat War er 15? Ich glaube er war 15 So mal gucken Wow Freund Oh Tote weg Oh nein Ich habe Bunny getötet Osterfeld aus Es tut mir leid Osterfeld Nächstes Jahr flach Ich habe Bunny getötet Steht da noch einer am Ecke? Ne Komm wir machen das jetzt mal so Auf die etwas entspanntere Das ist ein Mili Du wirst ja wohl nicht Außer oder? Ne ist kein Jäger Das ist der Parfall Fahrt Ja Fahrt Wunder Ah Du rollst Und verlierst Ah Was ist das denn Ostern? Kennst du die Eiersuche nicht Funky? Und? Maga-Hawk schon freigespielt? So Roulette Also ehrlich Immer diese Zocker hier Na Sollte auch näher rangehen Könnte helfen im Nahkampf Ich denke mal Bis Ende des Monats Habe ich auch das Eresystem Überarbeitet Weil wir waren uns ja eigentlich Das soll ja eigentlich Pestthaler jetzt heißen Ich habe übrigens Das von dem anderen Bot Überhaupt nicht zum Laufen Gekriegt Das heißt Ich werde dann Halt die Augen auf Der treibt sich in Rarum Okay Ich glaube der ist aber zu erkennen Der ist glaube ich ein bisschen größer Das soll man gleich mal gucken Das soll man gleich mal gucken Seltsame Sprech doch mit Hexen Doktor Okay Jetzt dann Wir brauchen noch sechs Vorbeugs Sieben Perlen Und der Kessel ist hier hinter Aber ich glaube wir gehen von der Seite ran Oder Das ist glaube ich besser So Herzlich Komm ran hier Vipi Was ich mal fragen wollte Hast du denn bei der Iron Man Ne Ich bin ja noch dabei Das hier ist ja Es gibt ja jetzt ein neues Endlevel Endlevel ist 120 Ich habe noch keinen Auf Endlevel geschafft Mein letzter Schar Ist leider beim Ausloggen gestorben Also ich bin eingeloggt Und dann war sie tot Ne ne Ich habe zwar schon Iron Man's gehabt Aber es war noch keiner im High Level Oh das ist aber knapp Dass ich den gekriegt habe Ja ich war halt im Oh Gott Ich muss diese Totems weg machen Ich war halt im Arati Hochland Und dann klingelt es an der Tür Sturm Und Ich bin halt ein Stück zurück Und habe mich dann ausgeloggt Damit mir nichts passiert Ja Bin eingeloggt Also ausgeloggt war sie noch am Leben Eingeloggt Äh Da muss irgendwo ein Mob gespawnt sein In dem Moment wo sie eingeloggt ist Und manchmal dauert es ja Bis du dein Schar siehst Ja und dann war sie Ein richtiges Endlevel Gibt es in WoW nicht Außer es kommt irgendwann das letzte Addon Es darf nicht enden Glaub mir wenn WoW Irgendwann mal enden sollte Wird das ein schlimmeres Ende nehmen Wie bei der Zutrennung von Fake Z Dann hat mein Leben keinen Sinn mehr Äh Siehst du Ich sag ja Was machst du da mit deiner ganzen Freizeit Kalter Oh nein So Wir haben auf jeden Fall den Kessel Das ist schon mal gut Tak Ah ja Stufe 45 Nein Ich will keine Punkte verteilen Was Das Ende von WoW wird Trump Soll wahrscheinlich Trump heißen Die Welt wird von einer riesen Tolle zerstört Schauen wie das Moos auf meiner Haut wächst Oh mein Gott So jetzt müsste ich eigentlich ins Hinterland Oh Was haben wir hier Ah das ist nur Bewegungsgeschwindigkeit gewesen Andere Entwickler Haben auch schöne Helmung Ja 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 Das ist ein schönes Diskussionsthema Was sagt ihr dazu So ich glaube wir bringen das Jetzt erstmal weg War Ich würde nämlich ganz gerne meine Klamotten Oh jetzt Jetzt geht los Deswegen geht Wildstar offline Oh die machen Wildstar Machen sie zu Oh oh ich glaube das geht jetzt in die Hose Oh ja Den 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 schicke ich mal weg Geh weg Oh Da haben wir jetzt aber aufs Maul gekürzt Auf die Nase So Ich glaube wir holen uns jetzt erstmal die Rüstung Davon muss ich einmal in die Stadt rein Kriegen wir hin Star Wars und Final Fantasy Ich hatte 2014 aufgehört mit BFA Wieder angefangen Merke langsam dass ich weniger spiele Du meinst jetzt in BFA ne Ja Das Problem ist halt Der gefühlte Ja der Elder Scrolls Habe ich ja Besitze ich ja auch Ich habe einmal gespielt Einmal gestreamt Aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden Ich habe auch Star Wars gespielt Ich habe Blade and Soul gespielt Wo es dann nach Europa kam Letztes Letztes Jahr Ich habe Guild Wars habe ich angetestet Aber ich werde mit den Spielen Nicht warm BFA Ja Motivation alleine zu spielen Ja Wie gesagt Auf Allianz Ist halt schwierig Ne Und der Einzelste Der mir halt Auf Allianz Seite noch einfällt Ist Moonboon Na toll Twitch geht mal wieder nicht Bei mir Das Video bleibt schwarz Und ohne Ton Und ich habe keinen Nervte Fehler zu suchen Einmal winkt Und euch viel Spaß Grüßt mal alle Crackbite Schnell im Chat Bevor sie wieder weg ist Läufer Äh Ja das ist im Moment Oft dieser Fehler Das lese ich öfters Dass jemand Das hatte Bolias auch Jetzt die Tage Das Er hat ein neues Updates gemacht Und dann ging es wieder Ich hatte es aber auch Bei irgendjemandem hatte ich es Das auch Das ist Bei mir war es Firefox Kein Nutella mehr Aber danke Na Ah Ne ich glaube wir müssen hier lang Ja Ewige Warte Ich würde ganz gerne Einmal rüberfliegen Ja mit Elder Scrolls Online Wie gesagt Ich würde es ganz gerne Nochmal Weil es hat ja Geld Gekostet Gerne nochmal Antesten Aber Ich weiß nicht Ich Ich werbe einfach Mit diesen ganzen Spielen Wahrscheinlich bin ich auch Einfach zu eingefahren Ich bin glaube ich Auch einer der wenigen Gefühlt aus dem Freundeskreis Die Ähm Die Bei Bei Diablo 3 Sehr schnell die Lust verloren haben Also ich habe zwei Wirklich hart gesuchtet Aber mit drei Bin ich nicht warm geworden Drei war irgendwie Gar nicht meins Ne Also drei bin ich Ich glaube das höchste war Also ich habe mich so auf den Dämonenjäger gefreut Ich habe die glaube ich auch bis 40 gespielt Wobei von Spielen konnte man da nicht reden Weil viele Hatten ja eher Dieses Kommen wir nimm dich mit Und ziehen dich Und ich bin ja Von jeher Kein Freund Von ziehen Also wenn jemand mich im Ähm Ja die Story an sich Schon Aber das Spiel hat mich halt nicht abgeholt Ne Das Spiel hat mich halt nie Wirklich abgeholt So wie zwei halt Oder wie eins Und Ja Ich würde es ganz gern Auch nochmal Einen Blick reinwerfen Aber ich habe nur das Originalspiel Vom Jahrespass Damals Hallo Guten Tag Ich will nur zum Flugpunkt Ach der war dahinter ne Was ist denn der Da Kann ich hier irgendwo raus Na Na dufte Muss ich jetzt einmal rumrennen Ja Jo Oder kann ich hier irgendwo Rüstung kaufen Hallo Hast du Ne du bist Inji ne Hast du was zum Anziehen Ne hast du nicht Komm Mimi Wir müssen weitersuchen Hast du was zum Anziehen Nein hast du Thorium Bruderschaft Oh wer erinnert sich noch Farmen bis die Finger bluten Hallo Ach ja hier gibt es ja die Kleinen Oh So bei dir repariere ich mal eben Gast wird dann halt auch ne Quest Klamotten Bergbaubedarf Ne Die ich brauche ja auch nicht Hallo Hier ist glaube ich das Waffenschmied Händler vielleicht Händler für Kette Ich habe was ihr braucht Bleibt sauber Ah Potenzielle Kundschaft Ah guck mal Stoff Ah guck mal Wir brauchen gar nicht so weit Die haben auch hier für 45 Na gucke mal Stoff Leder Da geht los Verkaufen wir erstmal Das hier Weil die Ketten brauche ich noch Für die Quest Das kommt weg Den Glibber Den behalten wir auch mal Na gucke mal Wir können 11 auf 15 Rüstung aufwerten Wow Warte jetzt muss ich erstmal gucken Ah 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 War noch nett Wieso sie das jetzt noch Für die Switch rausbringen Blizzard Y Lieber ein neues Game Auch schön Aber damit werde ich nicht warm Genauso wie Eos Ja Eos habe ich glaube ich auch mal probiert Und Also ich habe da überall auch mal rein Was Garage war jetzt nicht so schlimm Bier Wie Ja Hast ja bei mir gesehen Wie es nicht machen darf Bock auf BG Ja mit Iron Man Gerade nicht so So Dann machen wir mal Leder 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 Schüchen Armschienen Wow Mal gucken wie ich jetzt aussehe Weil ich hätte jetzt alles austausch Bleibt gut drauf Ich fand cool da Ne Guldan musstest du halt nur Dem Mantel Also den 4 unterbrechen So Brust Gürtel Hüsschen Da 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 Wow Na wenn das kein Stylishes Outfit ist Da weiß ich auch nicht Aber wenigstens sind die jetzt Klamotten Alle auf Level 45 Wow Oh hübsch Ah potenzielle Kundschaft Ja So was habe ich hier 30er 40er 40 Hast du kein 45er Stab Nö Gib nur ein 40er Dann macht 25 Bis 34 Dein Ernst 10 Level höher Und macht gerade mal 4 Schaden mehr Naja Naja Das sind zwei An Streitkolben Ne Macht der mehr Wie der Stab Unwesentlich Das ist Relevant Wann nehmen Ja das brauchen wir nicht Nehmen Das können wir nicht Tragen Das ist doch ein Witz Oder Alles klar Kalter Viel Spaß Beim Anmalen Äh Neverwinter Habe ich auch schon mal reingeguckt Das war auch nicht so Ich weiß Wie gesagt Das ist So einiges Was nicht so Ja komm Wir nehmen jetzt den Stab Der Alte Kommt dann weg Obwohl Ne Der Streitkolben Macht mehr Warte mal Ne Komm Wir nehmen den Streitkolben Alex Moin Weg damit Dann kriegst du jetzt Ne zwei Yo Yeah Kommt bald wieder Ach So jetzt gucken wir mal Unser neues Equip an Ach schön Oder Herrlich Das doch mal Stylisch Oh Gottes Willen Neverwinter War mit WoW Eines der ersten MMO Ja Neverwinter Hat jetzt letztens Glaub ich auch wieder So eine Kleine Überarbeitung Gehabt Oder so So war hier nicht Irgendwo auch noch Ein Auktionshaus Können wir denn nicht Mal eben Unseren ganzen Schrott noch Irgendwie entsorgen Achso das ist die Quest Auktionator Hallo Ich würde gerne Meine Müll verkaufen Gucken wir mal Ist ja das normale Jetzt Ne Wer ballert denn Bitte so viele Was 150k Wollt ihr noch Für die Sachen haben Na Prost Malte Viel Glück dabei So Ich mach mal eben Auktion Äh Also das Mode Event Schaffst du damit locker Unter welcher Rubrik denn Hässlich Dass der Spiegel springt Oder wie So Ach Auktionär ist an Guck mal da Die Gebühren Sind auch Übrigens Übel Ne Habt's mal gesehen Ich hab letztens Was verkauft Da Sollte ich dann 500 Gold An Zahlung Machen So Ich will das Zeug ja loswerden Hier Weg damit So Ich glaub das Lohnt nicht Die wird's Dann nicht mehr los Teufelsstoff Wird mir denn los Äh Ja ne Ist klar 36.000 Für 5 Stück Nö Einfach Nö Hier Ich will das Ding loswerden Hier Schenk ich euch Es ist manchmal schon hart Oder Also ich Ich könnte manchmal Ich glaube wenn ich Mich belustigen möchte Muss ich im WoW Einfach nur ins Auktionshaus gehen Hier hab ich noch was blaues Ach Ja manchmal Warte mal Vielleicht Nimmt's ja einer mit Hier Ich muss ja irgendwann Auf fliegen lernen Ich darf dem ja Kein Gold schicken Ein bisschen Gold muss ich ja machen Was Zehn Warum Warum Machst du das Genau aus dem Grund Weil die Sachen hier Hier Genau aus dem Grund Müssen wir alle jetzt Teuer gebühren Zahlen Weil Alles einzeln Drinnen Ich meine Bei Sachen Die man nur einzeln Braucht Bestimmte Sachen Kann ich es verstehen Ne Oder die Nur einzeln Verkaufbar sind Aber Zum Beispiel Die Abyss Splitter Die ich da immer hole Aber bei sowas Irgendwie Ich verstehe es nicht So Hier kommt dann Übrigens wenn ihr Sachen Einfach nur noch loswerden wollt Weil Weil ihr die nicht verkauft Dann einfach bei Auktion Anfangsgebot Keine Ahnung Irgendwas ganz ganz kleines machen Irgendeiner kauft es immer Irgendeiner kauft es immer So Die verkaufe ich jetzt In anderen Schrott Ja Was wollt ihr Nur mal Sachen loswerden Bleibt mal Ganz entspannt Gibt es da irgendwie irgendwas Heizkette Theoretisch könnte ich die Sachen ja auch kaufen Und verballern Alter was 60.000 Okay Warum sollte jemand 60.000 für diese Vorlage zahlen Ist die so selten oder was Manche Vorlagen Kriegt man auch selten Ich weiß noch wie Gando damals für meinen Schamanen Was gebaut hat Das Teil Äh Ja nicht nur einmal Es gibt auch Rezepte Trucker Die haben Händler Nicht immer Ne Da gehen natürlich auch schon mal Preise rauf Ich weiß Das ist bei 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 Ähm Wie heißt das Äh Style Check Das ist da Ähm Auch die Die hässlichsten Genau Oder hier oben War das hier Oder in Asshara Gibt es auch Einen Händler Der hat Äh Achso Die Geist Der hat Ähm Der hat Der hat Der hat Oh Ne Ich muss da lang Ähm Die Ketteteile Die du Da kriegst du einen Teil Des Sets Kriegst du glaube ich Aus dem Aus dem Versunkenen Tempel Und die anderen Rezepte Musst du glaube ich In Asshara Einmal in den Händler Abfahren Oder war Hoffen Dass es da ist Also da hat Gando auch Ewig lange Charakter vorgestanden Mimi komm Behalte dich Wir haben es eilig Ja ja Diese Ingi Rezepte Oder Leder Gibt es glaube ich Auch Zwischendrin So Und Wieder Zurück Übrigens Wenn einer Das Ding noch Bauen kann Ne Ab ins Aha damit Die Leute Da wir nicht Fliegen können Ne So mal Nebenbei Tipp Wollen die Leute Dieses Ding Hier alle Kaufen Eigentlich hätte man Vor BFA Schon Produzieren Müssen Weil das dauert 30 Tage Bis du die Teile Fertig hast Ja ich hab mir den damals Bauen lassen In Legion Weil Du konntest halt nicht fliegen Und Es ist halt Ne Qual gewesen So zu kräutern Wenn alle mit diesen Dingen laufen Ne Und wenn ich als Tank unterwegs bin Mountet mich auch keiner ab Das ist immer der Hammer Wenn ich als Heilander drin stecke Einschlag ins Kreuz Und ich darf laufen Als Tank Fünf Mobs Zehn Mobs Der kann auch fliegen Ja Aber sobald ich Fliegen kann Brauche ich das Ding Ja nicht mehr als Druide Ich fieber ja immer Dem Tag hingegen Wenn ich fliegen darf Dann ist es vorbei mit Aber dann findest du auch Keine Kräuter mehr Weil dann sind die Druiden Nimm ich alle unterwegs So Jetzt gehen wir erstmal Zur Donnerwenn zurück Guten Tag Da läuft einer Und da läuft einer Laufs schon weiter Braucht ich den eigentlich Nee Ja doch Eigentlich brauchten wir noch zwei Ne Aber brauchen wir noch ein paar mehr Für die Perlen Egal Einfach durchs Unterholz So Das sind die Eisbären Ich gehe erstmal zu Ischi Zurück Mal gucken Ach genau Da können wir mal gucken Wie viel Leben der Eisbär hat Der sitzt ja da oben Auf dem Hügel Ist dieses Teil Für den Jäger Um mechanische Tiere Zu zähmen Äh Ich kenn mich mit dem Jäger Nicht aus Was ist denn das für ein Teil Da oben müsste der sein Ne Ja 2900 Also ich habe 1300 Das Ding hat sich erledigt Tschüss Okay Ich weiß es nicht Okay Das mit dem Mit den Tieren Hat sich erledigt Blutelf Paladin Moin So Bleib sauber Einmal Sucht den Läufer der Winterfelle Und nehmt in die Kiste Herb Brühende Zeichen Von brühenden Quellen Die Beschreibungen sind immer ganz geil Beschafft sieben Stücke Verdächtigen Grünen Schlick Von brühenden Quellbrandern Oder kochenden Quellgurglern Bleibt auf dem Boden Alles klar Ist da Bescheid Da sind die Perlen Da drüben ist die Pfütze So Erstmal ein bisschen Schleiche Mann und Söhne Früher hast du nie Einen Läufer hier gesehen Oder Der war so selten Jetzt rennt ja alle Zwei Meter Einer Da hinten Muss da echt Ein bisschen Aufpassen Ich glaube hier vorne Ist auch gleich die Pfütze Ne Wo wir die Dinger Rausholen müssen Ist das hier Äh Ne Wo ist denn die Pfütze Da ist Da ist das Schlick Ach dahinter Naja Mit dem Jäger Äh Ich level zwar jetzt ein Ich hab damals mal einen gelöscht Der war schon Fast 90 Das war glaube ich Einer der Farmschar Und ich brauch den Slot Ah ok Da sind die Jetzt brauchen wir noch Den Läufer Hallo Bist du Juhu Juhu Gerade haben wir so viele gesehen Wo seid ihr denn jetzt Ah da Da läuft er Da läuft der Läufer Siehst du In welchen Abständen Die hier laufen Aber man muss aufpassen Manchmal rennt noch einer Aus der anderen Richtung Komm her du Oh das sind Elementare Das ist wirklich Unangenehm Ich hoffe wir kriegen das Überhaupt gebacken So Wenn man nicht so eine Killquote hätte Ne Ah das ist wieder der So haben wir die Kiste Perlen Ja wunderbar So da drüben sind noch Dinge Perlen Ich meine wenn wir die Perlen Nicht fertig kriegen Das ist auch nicht so Tragisch Wie da läuft jetzt einer runter Hä Guck mal her Mal gucken was der kann Lass du 1004 So aber was kannst du Schönes Normalerweise konnten die ja Nicht so viel Aber wenn wir die Kaste Durchkriegen kann das Schon echt böse werden Zack So Uiuiuiuiui Schwierig, schwierig Ne, aber Trucker Wie gesagt, jaja, die nerven Wegen Ali Ich meine, in der Allianz-Gulde Sind ja einige Leute Und ich glaube, unser... Oh, shit. Unser Dark will ja jetzt auch leveln. Und auf Allianz spielt er ja auch. Könntet ihr ja theoretisch zusammenspielen. Wenn der Mann mal nicht in Final Fantasy oder Secret World steckt. Oh. Na, 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 na. Ach so, deswegen levelst du jetzt bisher so vor deinem Level. Okay. Ja. Ich kann halt nicht immer sagen, wann ich wo am Level bin. Ich muss das halt machen, wie ich Zeit und Lust habe. Dadurch, dass heute Morgen auch alles länger gedauert hat, habe ich heute Morgen ja auch noch nicht aufnehmen können. Das heißt, ich werde nachher noch ein bisschen aufnehmen müssen. Damit ihr heute Abend die neue Folge habt. Aber ich wollte das wahrscheinlich jetzt immer machen, dass wir Samstags Iron Man leveln. Weil dann geht das auch ein bisschen vorwärts. Ich bin... Was glaubt ihr, was ich froh bin, wenn ich auch endlich aus Classic raus bin? Wir haben ja noch so lange. Wobei eigentlich wäre es sinnvoll, den Iron Man noch auf 60, wenn ich sogar ein bisschen drücke, auf 60 hochzuziehen. Wobei drüben, die Mobs ja, ne, die skalieren ja eh mit. So. Ich weiß gar nicht, Scherbenwelt sind die noch bei... Oder fangen die doch... 58 müssten die eigentlich anfangen, ne? Eigentlich. Weil du kannst ja mit 58 schon rüber. Das macht mir halt ein bisschen Sorgen. Müsste ich halt vorher mal kontrollieren. Aber nicht, dass ich da rübergehe. Und dann kriegt der so derbs einen ins Kreuz. Aber dafür weiß ich, dass ich die 55er-Klamotten da drüben kriege. Ich meine, das ist 55 gewesen. 50, 55. Du kriegst bei den Händlern ja keine 60er-Sachen, sondern 50er-Rein. Okay. Wie brauche ich noch? Für den kleinen brauchen wir noch. Ja. Ach so, wir müssen allgemein schlägt von allen, sondern... Ah, okay. Wurde dir zu laggy. Haben die nicht wieder was Neues jetzt wieder veranstaltet? Oder was Neues hochgeladen? Irgendwas war doch jetzt, habe ich doch gelesen auf Twitter. Dass die wieder was Neues gemacht haben. Ach Mensch, was soll denn das hier? Grüne Quelle. Braucht man Kugel? Ach so, das ist ja doch, aber noch Elementarwasser. Manche brauchen das ja noch, um sich die alten Sachen zu bauen. Irgendwas habe ich gesehen. Da gab es irgendwie so einen Teaser-Trailer, irgendwas Neues. Ich glaube, irgendeine Computerseite hat das gepostet. Frag mich nicht, dass es nicht was. Bei mir ist das teilweise so voll, weil WoW-Head läuft ja manchmal richtig extrem. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe einen Wunderschönen Samstag. Könnte ich Ihnen. Haben Sie gut geschlafen? Auch nicht. Ich auch nicht. Aber geht es dir sonst gut? Ich hoffe, der Herr Honky hat sich schon vermisst. Das war das erste, was er gepostet hat. Wo ist mein Pilger? Oh, was ist denn los, Pilger? Erzähl. Ach, warum mache ich denn das jetzt? Ich kann mich doch so heilen. Blödsinn. Blödsinn! Äh, ja. Na komm, halten wir nochmal. Bei mir war bis eben in den Streams 2020... Oh, nee. Ja, Crackbite hat auch Probleme gehabt. Bei der ging auch wieder nix. Also, das ist eine Katastrophe. Ich habe das auch sehr, sehr oft. Und ich habe gesehen... Gestern? Vorgestern? Vorgestern? Ich glaube, vorgestern. War Twitch auch wieder down. Also, es ist eine Katastrophe. Oh, 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 oh. Herz. Komm her, du Blubb. Gib mir Schlick. Naja, aber ist ja... Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Leuten das im Moment so ist. Ja, immer drauf. Stirb, du Blubb. Aber kein Schlick. Wir brauchen noch zweimal Schlick. Dann haben wir das hier auch wieder. Aber jetzt seht ihr mal, wie lang das dauert, bis du hier so eine Quest fertig hast, ne? Mein lieber Scholle. In der Zeit hättest du beim normalen Schar wahrscheinlich fünf, wenn nicht sogar mehr Level gemacht. Und ich habe eins, habe ich jetzt gemacht. Der Balken ist gleich hier vorne, dann habe ich eins in zwei Stunden. Na, geht's jetzt dazu. So, ich glaube, wir brauchen einmal Schlick. Sag, ey. Immer diese... Verdammtschlag. Okay, der macht nur 60. Das geht. Damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten. Ich würde aber zu trinken aufmachen, wenn ich gleich bei der U-Stil da vorne bin. Ey. Wer bist denn du? Drogelbecher. Hallo. Der farmt. Ah ja. Mach mal. Oh, 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 oh. Was? Kochende Quellblase? Warum machst du denn du auf einmal so Schaden? Weil ich nie aufgepasst habe, ne? Ja, ja. Alter Schwede. Es fällt aber auch kein grauer Krempel, ne? Bei anderen Chars habe ich nur grauen Mülle in der Tasche. Und hier, guck mal. Nix. Dass ich mal was austaschen kann. Nö. Ö, ö. Ähem. Oh, ich muss echt noch was trinken. So, komm ran. Mensch. Ah, fertig. Gott sei Dank. So. Müssen wir jetzt hin? Ich brauche noch einen Vorberg. Und, ja, das ist Reifpelz. Den kriegen wir hier nicht da und. Der hat bald dreimal so viel, ja, doch gut und dreifach so viel Leben wie wir. Das lassen wir schön bleiben. So, wir müssten eigentlich da lang, aber ich möchte noch einen Vorberg hier weg. Ah. Freund, komm her, ich brauche dich. Komm her. Ja, jetzt werde ich jetzt mit dem Hammer da drauf hauen würde. Wieso habe ich denn jetzt so wenig leben? Ich habe mir jetzt so einen mitgegeben. Oh. Nicht gut, nicht gut. So. Dann war das nämlich auch fertig. Zack. Die Quest mit der Perle, das, mit den Perlen, das kriegen wir vielleicht irgendwann später nochmal fertig. So. Gehen wir die alle ab? Die mit dem, ach, Flieger. Die mit dem Bären, die lassen wir. Die, 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 die. Gut Tag und Tschüss. Wo ist die denn? Da ist er. So. Auch fasziniert hier zwei. Achso, das ist Mundlichtung. Alles klar, Dark. Bis gleich. Summer. Achso. Ne, der da ist zu. Ach, der ist tot. Ja, trotzdem. Das Risiko ist mir zu hoch. Ne, Mimi? Ja, ich habe übrigens überlebt, ihn von Mimi zu Mimimi. So. Um zu benennen. Mal gucken. Was geht euch durch den Kopf? Ja. Ich habe du es. Geht mir durch den Kopf. So. Das abgeben. Tötet den Oberhäuptling. Ja, das werden wir wohl auch nicht schaffen. Shit, ey. Geisterperren. Das schaffen wir nicht. Lass mal zu den Ruinen. Geben wir das ab? Den Oberhäuptling werden wir nicht schaffen. Die haben alle zu viel Leben. Das wird nichts. So. Dann gehen wir mal zu den Ruinen. Zu dem Wasser. Ich wollte gerne mal Feuer zu trinken aufmachen. Und ja, das ist ein Red Bull. No Name. Irgend so ein No Name Produkt. So. Werbung wegen Markenkennung. Nee. Ich habe gesagt, das ist ein Energy No Name. Ich sage zu allem Red Bull. Dumme Angewohnheit. Ich weiß. Das ist eine ganz dumme Angewohnheit. Aber normalerweise sage ich auch immer, den habe ich selber bezahlt. Und kriege dafür kein Geld. Ach komm, du weißt ja gar nicht mehr, was du alles, was du alles, Hashtag Werbung markieren musst und was nicht. Ja. Ich habe meinen nicht bezahlt. Naja. Wenn er davon ausgeht, den hat meine Mutter mir bekauft vorhin. Ich habe den aber nicht bezahlt. Ja, du trinkst ja auch keinen. Meister Pilger. Ne? Hä? So. Dann gehen wir mal in die Ruinen. Ah. Jo. Lauf. Lauf. Deine Katze. Lauf. Ja. Dafür hast du, glaube ich, auch den falschen Job, Honky. Na ja. Auf den Dosen sind Ape Crime drauf. Ha. Jetzt willst du, welche Marke ich habe. Oh. So. Ganz kurz. Ja. Ja, das wäre auch, also, ja, doch. Also, da wäre ich, oder Fritz Cola, Honky. Fritz Cola hätte auch was. Aber ich glaube, die machten kein Sponsoring. Das wäre auch cool. Oder Afri Cola. Diese. Nee, Fritz Cola ist schöner. Na, Fritz Cola, ne? Das wäre noch mal Sponsoring. Das wäre noch mal Sponsoring. Was bist denn du hier? Ach, Kristallspinne. Also, die Endquest hier ist auch sehr interessant. Ob wir die schaffen werden, weiß ich auch noch nicht. Aber wir müssen ja erst mal das hier schaffen. Ich mache mal ein bisschen Sorgen um die Geister. Die können, also nicht die hier. Um die hier. Ich weiß nicht, ob dieser Explosionsschaden, den die machen, ob der so dolle ist, auszuhalten ist. Ach, gepeinigte oder leidende Hochgeborene. Mögen euch die Sterne leiten. Mein Gott, mach die Spinne hier im Wirbel. Na gut. Auf ins Getümmel. Lass uns ein paar Geister jagen. Mal gucken, was die so können. Wie viel Leben haben die? 1.500, wir haben 1.300. Solange ich das irgendwie überlebe, ne? Alles gut. Naja. Jetzt habe ich den Titelsong im Kopf. Danke, Honky. Danke. Und wenn nicht, spielst du den Hoch als Main Tank. Was? Main Tank? Nee. Nee, 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 nee. Wenn der hier... Alles klar, Mini-Dra. Ich danke dir nochmal, dass du da warst. Danke dir für deinen Sub. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht schaffe ich es bei dir reinzugucken. Je nachdem, wie schnell ich nachher mit meinen Aufnahmen durch bin. Ne, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß heute Abend. Hoffentlich klappt alles. Schwacker, da musst du Arminitra fragen. Aber die ist gerade im Gehen. Ich spiel selber keine. WB Dark. Kannst du ja nachher gucken gehen. Heute Abend. Da bin ich ja nicht da. Kannst du alles über Eule löchern. So. Komm her, du Geist. Arminitra. Spielt Eule. Du streamt heute Abend auch noch. Deswegen sage ich ja, dann kannst du... Kannst du siehe, die Löcher haben wegen Eule. Kann dir da wahrscheinlich besser helfen als ich. Also ich... Weil ich spiel keine. Ich kann die auch gar nicht. Arminitra. Guck ein paar über dir. Du bist eine Nase. Ach da. Ah, hast du gefunden, ja? Du bist eine Nase, ey. Ja. Wollen wir mal. Drei noch. Dann haben wir so alle befreit. Ja, Eule. Ich schaff das mit Eule nicht. Ich bin auch kein eulen Typ Ich bin ein alter Mann Ja, ich bin auch ein altes Weiß Sag ich immer Alte Frau Aber Das ist Das mit dem nicht sehen Das ist glaube ich kein altes Problem Das geht allen mal so So Ja, deswegen habe ich gesagt Ich habe jetzt Heiler Und ich habe Tank Also ich werde jetzt für Eule Nicht auch noch Gier sammeln Wobei ich sammle eigentlich hauptsächlich für den Heiler So Fertig Geister befreit Komm Wir sind fertig Ne, roter ist glaube ich nicht das Problem Das Problem ist halt Dieses wirklich das Rüstung sammeln Was gibt am meisten Kohle? Natürlich der Dolch Sprech mit dem Geist Ja Hi Kann ich behilflich sein Machst du jetzt deine Quest hier? Okay Vom Geist des Erzmagiers Menius Bis bald Oh Gott Oh Gott Kommen wir da überhaupt hin? Na die müssen wir glaube ich gleich nochmal töten Die Ruinen von Kel Teril Wo ist denn der? Der müsste hier sein Wie viel Leben hast du? 2,4 Oh, der ist auch mal ein Caster Sollen wir das mal probieren? Komm, wir probieren es mal Ich mach den da mal so Ah, Akanschlag Ah, das geht aber Akane Geschosse Ja, war klar Oh, das geht aber Das geht aber, was er an Schaden macht Das geht aber Das geht aber Komm her, Herze Akane Explosion Na super Machen wir das mal eben drauf Mal ein bisschen gegenhalten Die hat kein Manner mehr Das ist gut, aber wenn So ein Shark kein Manner hat Das ist immer praktisch Komm Immer erst das Maler verballern lassen Oh, 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 oh Oh, oh So, ich Oh Oh Ja, ich muss den heilen Ich muss mich dazwischen heilen Dadurch, dass er jetzt Nicht keine Cast gemacht hat Sondern Hui Ging ja doch Halbwegs So Zurückschleichen Oh, du standest aber ziemlich nah neben mir Das hätte auch in die Hose gehen können So Da wir ja sowieso nie was brauchen Was bekommen Uljas Moina Ich bin geehnt Zack Mit dem Geist der Sinn So viele Geister hier Ja, ich soll mit dir sprechen Tötet Oh Gucke mal Gib Gold Elendisch Schrecknis Gespenster Waren 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 Bojas Wie geht's dir? Wie viele haben wir jetzt davon? Da Komm her, du Oh je Oh nein Ist aber gar nicht gut, du Das ist aber gar nicht gut Die Dinos sind schuld 100 Dinos? Ernte fest Und du kannst nicht essen Oh nein Das ist ja noch schlimmer Hast du nicht irgendwas für Magen? Magenbitter oder so? Irgendwas? Was hast du denn da? Oder hast du nur Magenschmerzen? Oder Magen-Darm Oder Magen-Darm Ich weiß es ja nicht Komm her Ist jetzt eine Suppe Vielleicht hilft es ja Vielleicht hilft es ja Vielleicht hilft es ja Das ist keine bezahlte Produktplatzierung Von Teekanne Aber der hilft halt beim Magen-Problem Echt sehr gut Warum musste ich beim Magen-Darm Sofort an Haihappen denken? Ich glaube da musste die Hälfte An Haihappen denken Ne? Ich möchte nicht wissen Ich möchte nicht wissen Was der Vogel zu fressen kriegt Haben wir ja gestern wieder erlebt Das ist ein Freihapen Ne? So Wo ist denn der Rest? Hallo So Komm her So Ihm hat Luft da Müsste ich gleich ein Haihappen denken Für diejenigen Die nicht wissen worum es geht Es gibt Einen Vogel In einem Bosskampf In einem BFA-Dungeon Der chronischen Durchfall hat Während des Kampfes Es sieht auf jeden Fall so aus Ne? Dafür sieht er aber gut genährt aus So Und Ruf Ach komm Und stehe Bein Fahr So Einer noch Das Blümchen Übrigens Pilger Ich bin Der Schar ist doch noch gestorben Beim erkunden Hab mich dann doch mit Tieren Niedergeprügelt Ja War dann Nix Ich war aber schon Stufe 4 Es war sehr ärgerlich Aber ich hab keinen Plan Wie man das sonst veranstalten soll Oder du musst halt wirklich am Anfang Die ersten drei Quests oder so machen Moment Immer dieses Niesen Das Holzschnupfenwetter geht ja jetzt wieder los So Der gibt mehr Kohle Am See zum Der Meister Der Meister wird euch zum Schweigen bringen Mhm Okay Achso das ist der Typ der da oben glaube ich steht Ne So Dann wollen wir mal Schleiche Mann und Söhne Also darfst du ja Unter 10 Quests Darfst du ja machen Beim 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 Ähm Pazifisten Dann wirst du am Anfang die Quests machen müssen Damit du Äh Deine Stufe 5 Da bekommst Ne Du wirst am Anfang irgendwie 4, 5 machen müssen Ich bin geehrt So Sucht nach Hinweisen auf seinen Meister Ach du lieber Gott Gehen wir mal gucken Ob er den schaffen war Ich weiß nicht wie stark der da oben ist Ich weiß nicht wie stark der Typ da oben ist Wie kann man denn jetzt da hoch Jetzt muss ich überlegen Ich glaube Ne da konnten wir doch so hoch laufen ne Aber da kamen doch die Kugeln runter Konnte man da nicht hoch Ne Da konnte ich glaube ich nicht hoch Ich glaube wir mussten hier hoch Abbrüll du mal Ah Gehen wir den ganzen Schrott verkaufen Kann man hier hoch Glaube So Der mit seinen Kugeln Höhe die Allianz Okay Die kamen dann alle da So Da kamen wir ja nicht höher Kam ich Ah Ich muss da hoch Ich glaube hier ist damals bei mir die Kugelhugel gedroppt Ob wir den schaffen Der 3000 Lebenspunkte Wow Alter Schwede Hab ich Kriege ich den hier ins Target Jo So Lass mal ein bisschen runter ticken So Ne Lass mal ein bisschen ticken Ich weiß gar nicht bewegt er sich überhaupt Ich glaube ja ne Ja so ein bisschen Wir können ihn dreimal hintereinander wurzeln Das heißt wir können ihm schon ein wenig Leben runter ticken lassen Bevor wir mit dem kämpfen müssen Komm her du So Jetzt heilen wir uns schon mal Vorsichtshalber Aber jedem mal geht es dauerl So Wollen wir mal Ob wir den hier runtergeprügelt kriegen Probieren wir mal mit dem Fell Ein bisschen Heilung Oh Gott Oh Gott Schnell 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 Ah Komm Stirb Na Gott sei Dank Alter Ich kriege schon immer Muffensausen hier Aber wir haben es geschafft Also das mit den Wurzeln und mit dem Dotten Das funktioniert eigentlich ganz gut Für dich war Guldan schwer Also ich fand Garos schwerer Guldan fand ich überhaupt nicht schwer Komisch So sind die Eindrücke verschieden War Honki Komische Nummer Du Ich hab nicht so Ja du kannst auch nicht Du unterbrichst ja auch nicht alles Ne Du unterbrichst nur den Mantel Bei Guldan Honki Nur den Mantel Damit der nicht nicht wegfährt Alles andere Das eine kannst du ausweichen Und das andere musst du dann gegenarbeiten Also ich hab nur den Mantel immer unterbrochen Der ewigen Warte Machen wir mal So Da müssen wir da lang Geh den Berg hoch So Ups So Alles klar Oh Gott Die Milch Die Milch wieder Ich sollte echt die Finger von der Milch lassen So Und was hast du dir jetzt erstellt Guten Tag Ich hab meinen Charakter ja auch nur erstellt Der muss jetzt erstmal warten Einer nach dem anderen hochspielen Ich kann nicht alle gleichzeitig anfangen So Da sind wir Guten Tag Hallo Hallo Ruinenvollen Kälte Riel So Ich habe ein Geschäft für euch Ach hast du ja Guck mal wir können zu dem Verwüsteten landen Auch schon Aber ich glaube das ist noch ein bisschen früh Und da können wir mit 50 dann hin Und das ist Silithus Beide nicht meine Lieblingsgegenden Ich will auch erstmal hier weiter questen So viel ich kann So Was war hier? Achso Das sind die drei mit den Ich hab den Größen Geschafft sechs hochwertige Gröllbrocken Von Frost Splitterrumplern So Waren das Bäume? Oder waren das die Riesen? Jetzt müssen wir mal gucken Die Riesen werde ich definitiv nicht angreifen Mal gucken Was waren denn jetzt Frostrumplern? Hallo? Oder waren das die Yetis? Das ist auch möglich Das könnte auch sein Ach die sind das Oh Eile mit Tage Auch nicht meine Freunde Hier Oh der geht aber gut runter Oh das ist gut Das ist gut Komm Freund Gib mir einen Brocken Jawohl Mal gucken Mal gucken Mal gucken Da ist der nächste Ne aber wenn es dann weiter runter geht Zu den Riesen Da muss ich dann passen Weil das sind die Lieder Da können wir knicken Da können wir knicken So rum Okay hat meine Frage Noch nicht beantwortet Was für einen du dir erstellst Oder erstellst du dir gar keinen? Maga Was? Was? Oder erstellst du nicht? Ein Maga Nee Was? Achso Nein Ja wie gesagt Ich hab ja einen Krieger Ich hab schon einen Krieger Schaman wollte ich nicht Niemals Was machst du ein Was? Ach ein Hunter Ein Hunter Das einzige was ich mache Also die Hochberg Und was willst du da spielen Droide? Mir graut es irgendwo schon Wenn ich überlege Zandalari und Kutiras Beide Seiten Droide Yeah Aber alleine wegen den Gestalten Aber kein Bagger So wir brauchen noch einen Brocken Geh mir das Brocken Komm Na das bei mir Wahrscheinlich eh keine aktiven Oder super aktiven Twinks sind Hab ich gesagt Mach ich halt Droide Wegen den Gestalten Aber das ist eine Gruppenquest Die Machen wir mal weg Ach die Perlen Können wir jetzt eigentlich auch mal wegschmeißen War So Ab in die City Abgeben Boing Boing Komm ich hier hoch Ja Geht Tollwütiger Achso Dieser Nussschädling Ja Tollwütiger Nussschädling 5000 So Dann haben wir gleich Nächste Level auch noch voll War Zeit ist Geld Ja Zeit ist Geld Ah Ein Fels in einer Kiste Bleibt gut drauf Bitte Hallo Die dunkle Fürstin Schütze euch Und der Nächste Wie geht's denn so Was liegt an Schön dass ich helfen konnte Ja 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 Bald wieder Redet mit mir Schön dass ich helfen konnte Ja Zehn Stücke Frisch geschlagenes Frostholz Von Frostlaut Achso Jetzt müssen wir die Bäume Okay Jetzt gehen wir Bäume fällen So Bäumchen Wir haben auf dem Weg hierhin Ja schon welche gesehen So Ja Dann fällen wir mal Bäume Weil es ist schön ist Kommt denn der Quallen her Okay Belassen wir es dabei So Da sind die Bäumchen Hier brauchen wir Zehn Zehn Holz Oh Die sind ein bisschen Hartnäckiger glaube ich Die halten glaube ich Auch ein bisschen mehr aus Oh Komm hier Stirb Jetzt Was hab ich da drauf gehabt Frost ne Vielleicht auch besser Wurzeln Aber das sind glaube ich Das sind Carsten Carsten glaube ich auch Hallo Beim schicken Equip Ja Ah Jetzt ganz viel Na Kommst du raus So was spielen Komm her Ne Das verlangsamt mich nur Das macht keinen Schaden Oh Gott Stirb einfach Alter Ich mag es mir nicht ausmalen Wie es im PC aussieht Ganz Ganz ehrlich Mir graut es jetzt schon davor Aber Wenigstens sind die gelb Und die fallen mir nicht in den Rücken Komm Machen wir direkt Ich meine wir müssen ja nur noch Irgendwas um die 80 Level Ne Um die 74 Level Oh Gott Meine Güte Na komm Freund Bist gewurzelt Oh was bist du für einer Ich freu nicht So Chapeau Moin Meinst du für einen Iron Man SPC Nicht so schlimm Also ich finde das hier schon schlimm So So Komm raus da Ne Ja das Problem ist Ähm Jetzt nach den ganzen Änderungen Bei den Die haben ja nochmal Bei den Level Sachen Einiges geändert Ist es ja nicht mehr so wie Also wenn du da schon längst dran vorbei bist Das ist ja wieder anders Ne Mit dem letzten Patch hat sich das ja nochmal erschwert Besonders Mir wurde auch Leben geklaut Ich habe weniger Leben wie vorher Ich hatte nämlich vorher auch teilweise etwas um die 2000 und jetzt bin ich auf 1300 wieder runter Das ist ja nix So So Oh yes Dein letzter Iron Man ist einen Tag vor dem Release Verreckt Ja aber dann bist du ja an BC schon lange vorbei Ich meine man stirbt in Oder Classic Du stirbst in Classic mit Account gebundenem Gear Ne Mittlerweile wieder Also es ist Wenn ich da mit meinen Equipment Schar schon An manchen Sachen verrecke Dann ist mit meinem Iron Man echt Vorsicht geboten Wie groß Wie groß war dein? Jaja Das Leveln ist nicht mehr so einfach Das haben sie ja nochmal angepasst Es gab ja nochmal einen Hotfix Seitdem ist das Iron Man Level echt eine Qual Überleg mal Ich bin jetzt seit 2 Stunden und 44 Minuten am Stream Und Ja Es ist Man merkt trotzdem dass es schwieriger ist Ne Aber wenn du überlegst Ich bin jetzt seit 2 Stunden 44 Minuten am Stream Und mache jetzt gleich das zweite Level voll Weil schneller kann es einfach nicht machen Siehst du ja was die reinhauen Natürlich war es einfacher Ich merke das ja auch Meine Es lebt ja auch schon ein bisschen länger Ja sicher Ich habe auch gesehen Dass derjenige der immer der erste Iron Man war Dass der auch noch keine 120 ist Der ist 115 gewesen Beim letzten gucken Na Die spiele ich ja jetzt auch schon Und seit 10 Monaten? Ich glaube ja Hint ihr die ganzen Änderungen mitgemacht? So Ja in Innis merkt man es ganz extrem Wenn Leute sich genauso verhalten Wie früher in den Innis Wo du fast alleine da durchgehen konntest Mit dem Equip Das kannst du jetzt nicht mehr machen Ne Wenn du dich jetzt so benimmst wie früher Äh Ist das fast schon Vibe So Ich wurzel dich erstmal Komm Lass ein bisschen runter ticken Ich sehe schon Wenn ich meinen Maga später level Dann kriege ich von Honky auch nur zu hören Ah so Maga Äh 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 Kannst du nur Ah wie groß war denn dein Iron Man jetzt? Habe ich das jetzt überlesen? Ne Ich glaube das hat es gar nicht geschrieben Ne Oh 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 Extrem den Levelunterschied Ich bin in Innis Und da merkt man extrem Ob der Tank 20 oder 50 ist Ja natürlich merkst du das Natürlich merkst du das Wobei Eigentlich ist es ja Schön Schön Dass die Dass man zusammenspielen kann Ne Da kann man natürlich Ein bisschen mehr machen Wie früher Aber man merkt es schon Also so ganz Ausbalanciert Ist das auch noch nicht Besonders bei Weltboss Wenn äh Wenn die Eventboss Sind Da können ja die Kleinen auch mitmachen Da merkst du das auch Oh nein Ich hab Bunny getötet Irgendwas stimmt mit Hasi nicht Ja Das stimmt Können sie ja auch gar nicht haben Die haben ja wieder alles durcheinander geworfen Mir fehlt zum Beispiel auch als Druide Meine heilende Berührung Fehlt mir auch ziemlich stark Musst du dich auch erstmal wieder umgewöhnen Zwei Jahre Oster weg Ja toll Ja es tut Ne es war schon der dritte glaube ich Drei Jahre Es gibt drei Jahre jetzt kein Ostern Ja Seid froh Dass nicht der Weihnachtsmann war Was liegt an? Ja hier Du wolltest doch Achso 96 Ja Kohle Jawoll Stufe 46 Und ich darf Stratholm besuchen Und äh Aber nicht reingehen Wunder Ups Instanzbaumzug Jawoll Hier Bitteschön Grüße Haltet euch von Brüdern Ein Hiebis Wow Was kann ich für euch tun? Schönen Tag Ja Ne Stehen Ein Untoter Ein Troll Und ein Mensch In der Kneipe Im Auktionshaus Und schauen wer die nächsten Eier hat Das spielen wir gerade Zeit ist Geld Sieben Stück Reines Plätschereis Aus der Höhle In den Bleibt gut drauf Nein ich will nicht in die Höhle Warum muss ich in meine Höhle? Oh Was willst du? Ja Was wollt ihr? Sind wir endlich da? Achso Das ist mit Yetis töten Findet Echo 3 Okay Perfekte Hörner Oh Ob ich den großen töten kann Wissen wir Weiß ich noch nicht Alchemiebedarf Hallo Ich hab was ihr braucht Ja ich will dir mal Ein bisschen Müll verkaufen So Das gucken wir da unten rein Das packen wir hier hin Das packen wir hier hin Das kommt weg 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 ή Da Was ㅋㅋㅋㅋ Ja Die